Die Person ist zufällig Constable J. Swann. Ich brauche eine Liste ihrer letzten Rechnungen, wer was wann gemietet hat. Er gehört zur SOS, Sons of the Soil, Söhne der Erde. Sind sie Jacks Sohn? Leider Gottes ja. Ja, lauf nur weg. Klar, dafür bist du ja berühmt. Schläckst du mich? Komm schon, steig ein. Vielleicht nächstes Mal, hm? Was wollen Sie hier? Eine Juristin wie Sie. Wie ich? Eine gute Juristin. Wir kriegen hier sonst nur die Abgeheifteten und er möchte ganz keine wirklich guten Anwälte. Die haben nicht nur Geld gestohlen, sondern auch Halloween-Kostüme. Gürtel und Schlüssel da rein. Nehmt das Geld und haut ab. Er hat meinen Gürtel. Woran arbeiten Sie? Das habe ich im Archiv gefunden. Dann hat sie da jemand liegen lassen? Aber für uns war er nicht nur ein Vermerk in irgendeiner Akte. Er war mein kleiner Junge. Am Mordabend wurde ein Streit zwischen Sigi und dem Mordopfer beobachtet. Sigi hatte kein Alibi für die fragliche Zeit und hat gestanden. Geraldine wollte, dass ich dafür sorge, dass du heute Abend zum Ball kommst. Ja? Einen großen Applaus für Jack Swann. Fällt enttäuschen ein, so ist das. Nimm's nicht so schwer. Gürtel. 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 Gürtel.